Hey Leute, willkommen zurück hier vor Chloe's Haus in Life is Strange Before the Storm und wir geben mal David seinen geliebten Steckschlüssel. Aha, aha, sehr spannend. Der klingt sogar schon fast nett gerade. Nein. Oh Gott, Daddy. Hey, you're taking those tools with you, right? Every house needs a good toolbox. We've already got one, but thanks. Hauptsache, sie ist größer. Ja, klar. Ready to roll? Please don't want to talk, please don't want to talk, please. I want to talk to you about something. Fuck! We don't have to like each other, but you will respect me. You've enjoyed enough of a vacation from having a father figure. So there are some things I want to be real clear about. Kann der nicht, wie ist es losfahren? Äh, ähm, ignorieren. Mhm. Mhm. Es ist hier nicht so, als würde sie absichtlich sich so hängen lassen und sie sagen so, hö, ja, alles egal. Also, ich mein... Ich mein, sie hat ja halt auch was durchgemacht mit dem Tod ihres Vaters und so. Und wenn sie halt, wie sie sagt, keine Freunde hat... Keine Ahnung, ist doch... Country... Music? Ist doch alles kacke. No. They had loved this song. I just called to tell you that I miss you and my old friend. Burn me in the middle of the game. What a beautiful day. This... This isn't right. Yeah. I know what a spark plug does, jerkwad. If mom were here, she'd tell him to turn that junk off. Hm. That was voll die schön entspannter Musik. Dad, turn it up. Das ist mir schon klar, was jetzt passiert. Child to run... Hey. The hell? Out of the car, Chloe. You're gonna be late. Wow. Wow. Ich gebe jedem eine Chance, okay? Ich werde ihm nicht nochmal Danke sagen. So viel ist schon mal sicher. Ja, ihr habt ja gerade gesehen, ne? Hallo, Black Hell. Wie kann man denn erwarten, dass sie sich einfach wieder zusammenreißt, nachdem sie sowas erlebt hat? Ich weiß gar nicht, ob sie damals wirklich auch in dem Auto mit war, als ihr Vater den Unfall hatte. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber kann tatsächlich sogar sein. Und ja, dann zu erwarten, dass es ihr dann einfach wieder gut geht, ist natürlich dämlich. Ich meine, ja, es ist ja jetzt, ich glaube, zwei Jahre, wie hieß es, ist es her. Aber, ja. Die Therapeuten bisher haben ja scheinbar auch nichts gebracht. Also, keine Ahnung. Ich kann Chloe auf jeden Fall verstehen. Oh, ist das hier nicht der Typ, Elliot oder so? Oh, ja. Hey, Elliot. Ich habe gehört, dass du eine hellige Nacht hast. Ich meine, die Leute sprechen über das. Die Leute können einen Scheiß essen. Auch die Social-Media-Haters-Hater kann nicht so gut, wie schön das letzte Nacht war. So, wie geht es mit dem Tempest? Blackwell Theater, die es am größten. Ja, total. Steht er auf sie? Vielleicht. Der absolut bestimmt. Ja, der hat bestimmt auch gedacht, dass das total öde wird. Und steht nicht nur total auf sie und tut so. Okay. Okay. Ich muss ja eigentlich auch gar nicht mein derzeitiges Ziel überprüfen, weil ich weiß ja schon, was ich machen muss. Okay, was haben wir hier so? Was haben wir hier noch? Well, at least not for now. Oh. Der Sci-Fi Film Club. Oh. Ja, ich gucke ja schon bei meinen aktuellen Zielen. Cool. Alter, was für eine wunderschöne Auflösung das halt auch hat, ne? Diese Hand. Ja, ich weiß auf jeden Fall immer noch, dass ich die DVD von Steph holen soll, auch wenn mich das absolut irritiert, weil ich jemanden kenne, der Steph for Sims heißt und ich jetzt eine DVD von Steph for Sims holen soll, oder was? Keine Ahnung. Oh Gott. Wer nervt mich denn jetzt schon wieder? Du bist bei den Picknick-Tischen mit Mikey. Okay. Wo zur Hölle sind die Picknick-Tische? Genau, auf der anderen Seite, glaube ich. Skip Matthews, Blackwells Finest. He's not so bad for a mall cop. Alles klar. Hey Skip. Stopped any gang wars lately? Not today. I did ask Justin Williams' mom to remove her Mercedes out of handicap parking. Badass. Wow, krass, ey. Ah, richtig krass. Ähm, was ist denn mit Justins Mutter so? So, you spending a lot of quality time with Justins mom? No. But if you see Justin, tell him I can only ignore that cloud of wheat smoke for so long. Tell him yourself, Skip. Not my problem. I'm trying to do him a favor. I thought you high risks all stuck together. Nein. High risks? Oh, shit. Sorry. Forget I called you that. Huh. High risks. Guess you can learn useful things in school. Okay. I've got to get to class. Let's talk later, Skip. Sure, Chloe. Dass er sich mit dem Security-Typen so gut versteht, ey. Gerade mit dem. Hi, Miss Grant. Miss Grant. The least lame teacher at Blackwell. Yeah, ich finde die auch ganz nett. I wish she could get over the whole push-me-to-succeed thing, though. No. Morning, Miss Grant. What do you think of this hypothesis? That you'll be in your seat by the time chemistry class begins today. Uh, also, das klingt eigentlich sehr unwahrscheinlich. Aber ich möchte das Mysterium nicht ruinieren. Science is all about discovery, Miss Grant. Guess you'll have to wait and see. Hehehehe. 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 With all the change that's happening at Blackwell of late, I suppose I can appreciate your consistent wit, Chloe. What kind of change do you mean? Well, the Prescott's have made an extremely generous donation to the school, which is good, but instead of going to support more science and mathematics, it's all being dedicated to the arts. You don't think more money should be spent in the arts? It's not that exactly. I recently made the case that STEM programs should receive more support, but apparently our new donors disagree with me. Such is life, I suppose. Miss Grant actually seems sad. Ähm, ähm, ähm. Die Künstler unterstützen STEM auch, behaupte ich jetzt einfach mal. Schau mal hier, Miss Grant. More Art-Klasse will keep all the smug, self-absorbed types out of your Science-Klassroom. Articulate, as always. Hehehehe. Süß. Okay, wo können wir denn noch so alles hingehen? Ich denke mal, auf der anderen Seite ist dann die Trulla, von der wir unsere DVD abholen wollen. Aber mal schauen, wie weit wir überhaupt noch kommen. Ähm, ja, wir haben das Frühstück leider ausgelassen. Sorry, aber danke für den Versuch. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es hier was mit Feuer zu tun haben wird. Na, aber da sind doch Autos, die wir klauen können. Ach Mann. Dieses Spielverderber. Ungefähr. Können wir hier auch mal ein bisschen schneller laufen? Ja. Hier, wir können irgendwie mal ein bisschen so was aufführen oder so. Ich würde wahrscheinlich kommen, aber ich bin einfach nicht interessiert. War das letzte Mal wirklich passiert? Ja. Die Internet sagt es, es hat, aber ich kann noch nicht glauben. Ich kann noch nicht glauben. Rachel Amber. The drama star, honor student, popular princess of Blackwell, swoops in like a Batman to save my ass and thrash to firewalk? Either that was a dream or real life just got a shit ton crazier. Okay, das hat sie ja schön drüber nachgedacht. Oh, hi. Ich weiß nicht, ich schwör's. I swear to you, I did not walk on that stage. It was more of a saunter. Do I look amused to you? I don't know. I've only seen you with one expression. That's the one. Was hat er für Worte gesagt? Total toll. Wollen wir ihn überzeugen? Komm, wir probieren's mal. Wollen wir ihn, was hat er. Ich hab ihn überrascht, dass er ein cooler Interesse hat. Ich habe ihn nicht nur angeschaut. Alles klar. Ich geh mir vor. Die Schöne fange ich mit mir an, oder? Und hier hatte ich dir, deine Worte überwichterungen hat endlich erheb. Ähm. Mist, das hätt ich schneller machen müssen. Verdammt. Okay, das hab ich verkackt. Ich muss also schneller sein. Verdammt. Okay, das merk ich mir für die Zukunft. Dann müssen wir da wohl leider doch hin. Aber ich merk da für die Zukunft, ich muss schneller sein. Oh, cool, ne Mauer. Boah, da können wir doch bestimmt dranmalen. Aha. Auf jeden Fall. Der Typ ist wieder weg, also. Direkter Wels rockt auf jeden Fall nicht, deswegen nehmen wir das andere. Na, das ist sehr hübsch. Das hat sie echt schön gemalt. So, nochmal ein Anti-Drogen-Poster. Oh, toll. Das funktioniert bestimmt gut. Winning while doping isn't winning at all. It's a quick trip to the deep and a failure. Okay. Meinetwegen. Ähm. Ja. Bestimmt. So. So. Ach, so ist jetzt, ähm, finde ich jetzt ein bisschen doof, dass ich das nicht hinbekommen habe. Aber hey. Ich muss das ja auch erstmal ein bisschen lernen, wie wir das hinbekommen wollen. Oh, Victoria. Hey. Na ja, dann reden wir halt auch nicht mit ihr. Dann reden wir aber mit ihr. Hey, Samantha. Wie sieht sie jetzt? Ähm, es ist traurig. Das mag sie daran. Ähm, the story is about how relationships only work if people are willing to lie to each other. I'm not sure if you're joking. Sorry, I'm a little slow sometimes. I'm a little bitchy sometimes, so it's cool. People always say that. But I think you're actually... Sorry, Chloe. Chloe, no one says anything like that. I don't know what I'm actually talking about. I bet. Okay. Aber die war doch nett. Hätte ich jetzt das andere sagen müssen? Ich hab doch keine Ahnung davon. Warum sollte ich Ahnung davon haben? Spiel, was verlangst du von mir? Äh. Okay, ich denke mal, da drüben kriegen wir unsere DVD. Warum stehen die da eigentlich da drüben alle? Guck mal. Hm. Hi, Evan. Dann fragen wir ihn nochmal. Chloe, I'd like to talk to you about Wildfire Awareness and Prevention. Good morning to you too, Evan. Haha. Ähm. Warum tust du das? Ja, wird sie. So? I gotta run. Wait, one last thing. Will you sign my petition to have a fire safety assembly at school? Uh, yeah. Sure. I love assemblies. Some of the best naps of my life. Wow, thanks. I did not see that coming. You being, you know, interested in complicated issues, helping out with the public. Do you want me to change my mind? I... No. How seriously am I taking this right now? Okay, I'm going to have to ask her. Just don't expect this to become a habit. Blackwell Academy, home of tomorrow's leaders. Big, big, huge, balls. Free, simple, tics. Und dann steht da Chloe drauf. Genial. Ich bin halt... Ich glaube, ich bin doch ein bisschen zu nett. Für Chloe. Naja, egal. Lass uns doch mal hier mit den beiden... mit Freunden reden. Und deswegen hast du ihr ihre DVD geliehen, oder was? Ach so, damit sie die... Klar, damit sie die kopieren kann. Die sieht richtig cool aus, dafür, dass sie ein absoluter Nerd ist. Hab ich früher gespielt. Ich war mit meinem Freund, Max. Es ist ein langer Zeit, doch. Cool. Ich habe mein DVD. Eine Bladerunner. Direktor's Cut, coming right up. Sweet. Five bucks, right? Keep it. Ich bin einfach glücklich, dass jemand hier die Klassik appreciiert. You even asked for the director's cut, which took out the shitty voiceover and replaced it with a sweet dream sequence. Dream life of a real life. That's my motto. Right on. Hey, do you know if Rachel's a gamer? Rachel Amber? You're asking me? Didn't you two go out last night, or was it just like a friend thing? Wait a minute. Okay. Was could... Was it just like a friend thing, okay? Haben die gedacht, dass wir ein Date haben? Wir haben uns zufällig auf dem Konzert getroffen, aber okay, was kümmer das euch? Na, das ist voll süß. Ja, komm, lass spielen. Ja, komm, lass spielen. Ich bin absolut eine Elfenbarbarin. Nice. I could totally see myself as an Elfbarbarian. I know, I'm good. Alright, let's get started. You were both famous heroes in the kingdom of Avernon, a once peaceful land, now laid to waste by the bloodthirsty raiders of the Black Well. Alone, you have fought your way through the raider camps, seeking their warlord leader, Durgaron, the Unscarred. As you enter the final camp, bloodied and weary, you see your fellow hero approaching from the opposite direction. I raised my staff to you in greeting. I am Elamon, wizard of the third circle, foremost advisor to King Tiberius, and sworn defender of Avernon. Ja, geil. Named Kalamastia Äh, ich hab mal Menschenkebab gemacht. Was der Blödsinn! Ach, jetzt ab. Jetzt ab. Wir gehen einfach geradeaus, man. Natürlich! Auf geht's! Direkt zum Ende. Hä, die kriegen wir doch hin. Ja. Ähm. Wutsturm. Ähm. Wutsturm. Jetzt ein brutaler Schlag. Aber ist der Dick nicht der Penis oder nicht die Eier? Okay. Nein. Wie viel haben wir denn? Wir haben den Vernichtungsschlag. Ja. Na, Chloe. Äh. Das Spiel ist super. Ja und? Ähm. 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 Oh Chloe. Ähm. Ähm. Auf seinen Arm ziehen, dann kann der andere vielleicht was machen. Komm Chloe, das schaffst du. Naja, Elamon hat keine Füße mehr. Das sieht cool aus. Das sieht wirklich cool aus. No. Die wären lieb. Ich hab mir jetzt auch gedacht... Ich hab mir jetzt auch gedacht, ich mach die Folge ein bisschen länger, wenn wir jetzt eh die letzten 10 Minuten dieses tolle Spiel gespielt haben. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das nächste Mal gehen wir dann wohl in die Schule, in den tollen Chemieunterricht. Wir werden es halt einfach mal machen. Aber ich find die beiden echt cool. Nur, weiß ich nicht, Mikey ist so ein bisschen komisch. Aber hey, das gehört wohl so dazu. Auf jeden Fall sehen wir uns hier nächstes Mal auf diesem Schulhof wieder. Bis dahin, ne? Habt noch einen schönen Tag. Schreibt mir einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Und, ähm... Nächstes Mal... Schick mir Chloe dann doch mal in den Unterricht. Ja. Ciao.